Hi Leute, cool, dass ihr wieder auf unserem Kanal seid. Mein Bruder und ich fangen gleich auf den Platz, um euch sechs Übungen zur Ballern und Mitnahme zu zeigen. Die Ballern und Mitnahme ist heutzutage eines der wichtigsten Dinge überhaupt im Fußball, da das Spiel einfach immer schneller wird und die Spieler in der Lage sein müssen, den Ball sauber zu verarbeiten und zu kontrollieren. Ihr braucht eigentlich nicht mehr als zwei Hütchen und einen Ball natürlich, macht die Übungen gerne nach. Sie sehen einfach aus, sind sie aber nicht. Wenn ihr Fragen habt oder kommentieren wollt, lasst gerne euer Kommentar da. Wir antworten natürlich drauf. Vergesst nicht das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.